Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacherfreunde zu Majesty Gold HD. So, wir werden wieder auf die Missionsmap gehen. Wir hängen nämlich immer noch bei Legendary Heroes fest und ich habe mir nochmal den Walkthrough für diese Mission durchgelesen. Weil diese Mission ist arschschwer. Und ja, wir müssen wirklich zu allen möglichen Mitteln greifen. Und darum können wir auf die Schmiede verzichten. So, wir bauen nämlich gleich einen Marktplatz und forschen in unserem Marktplatz und bauen unseren Palast aus. Und wir brauchen viel mehr Inns, um viel mehr Geld zu bekommen. Und müssen Häuser und sowas von daher. So, bauen wir als erstes, als nächstes Teil der Rager-Gilde. Um mehr sehen zu können, um uns herum. So, wir gehen dieses Mal wieder auf Fervos, Krypta und ja, Fervos und Krypta. Und wir müssen den Minimum Pickup unserer Tax Collectors erhöhen. So, damit ihr nicht solche kleinen Beträge aufsammeln. B 굉장w. Blicingen ist mit dem Mir. terms finde ich jeweils zu stellen. So. Okay, tolle. I know. Tax collector! Your plan was fired. In the name of the sovereign! Your majesty, the royal treasury is nearly empty. So, the discord warrior holen. Oh, der ist sogar 17, das ist sehr gut. Ich muss sagen, das habe ich schon mal recht gut überstanden. So, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall eine Magier-Gilde. Ja, und da kommt die erste Goblin-Invasion, weil wir schon zu viele Helden haben. Und wie viel Geld hast du? Oh, hoffentlich kommst du heil an. Oh! Wow, jetzt haben wir den knapp heilen können. Das sind halt gerade ein paar Feline-Pathen. Oh, der ist geschrieben. Warte! Oh! Warte, warte! 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 Warte. 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 viele ja klar dass die schon wieder irgendwo unterwegs ist also dass wir die gold sind jetzt auch auf dem weg weg okay erst mal will ich die beiden marktplätze abgegradet haben bevor ich nein erst mal will ich eine elfenlaunch haben damit wir mehr geld rauskriegen deswegen war ich jetzt das erste in ja das ist nervig und 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 Genau, Elfenbogalow. Na jetzt sind es zwei von denen, das könnte etwas hart werden, vor allem wenn sie weiter mit Dusen beschwören. So, halten wir ihn noch einmal. So, Komplett Overlord ist weg, jetzt fährt nur noch die Korkonen. Und sie beschwört natürlich noch einmal. Kaum sicherheitshalber Highway noch einmal, weil da macht er seine Arbeit recht gut. Okay. Jetzt kommt langsam auch Geld wieder ins Haus. Ich brauche aber auf jeden Fall noch einen dritten Marktplatz. Oh, ich finde schön, wie ruhig es gerade ist. Kommt, als nächstes brauche ich träge der Bargier-Gilde. So, mit dem Geld, was ich jetzt hier so habe, brauche ich den dritten Marktplatz erstmal. Die Bestie könnte etwas problematisch werden in meiner Stadt. Ich werde erst mal die beiden Marktplätze auf. Das war ein Haufen Geld. Das war ein Haufen Geld. Okay. So. Jetzt. Ah, das Ding ist fertig. Wir müssen es auf jeden Fall auf Max upgraden. Werden wir einfach mal auf eine Spinne oder so ein Ding setzen. Dann können wir wieder wegnehmen, weil er hat die Spinne bekehrt, was gut ist. Und er geht aufdecken, was auch gut ist. Ich brauche jetzt aber langsam mehr Geld. Was für eine, wow, Level 19. Das ist gut. So, den upgraden und dann kommt jetzt demnächst bei der zweite Markt, letztendlich der Marktplatz. Das ist nicht so schlimm, den können wir ersetzen. Jetzt wäre es doch schön, wenn ihr euch um den Ogre kümmern würdet. Äh, ob ich um den Ogres oder den Troll. Du fließt. In der Name des Sovereignes. Ach ja. Das ist besser. Oh, wie viel brauchen wir noch für den dritten Marktplatz? Bauen wir noch ein Stück weit. Komm, das machen wir mal so, dann geht's schneller. Marktplatz, Marktplatz ist hier. Und eine Library, die wäre eigentlich auch nicht schlecht, damit wir Magierresistenz und sowas erforschen können. Amdorazek, Tax-Collector. Dann als nächstes... Tax-Collector. Die Embassy, wenn wir das Geld dazu haben. Weil sobald wir die Embassy aufmachen können, können wir einen Außenposten bauen. Und die Embassy pumpt den Außenposten voll. Your Majesty! A new building is complete!